Ich hab DC, ich hab DC Nice 1-Headshot 1-Headshot 2-Headshot 2 rein Lass uns hier links am Hang bauen, oder? Ja, ja, hier irgendwo Ok, mach mal Torrid von der schon Ja, aber Klaus an der Base, oder? Ja, hier irgendwo, am Stein Mach einfach mal, einfach Raid Base, scheißegal Hier Raid Base, einfach bauen Nein, ich war erst mal Torrid Sonst liegen wir alle gleich im Dreck Ja, hier ist die Spitze Wo ist das Torrid? Da Wo bin ich hier davor? Pläst das Torrid Die können links um die Base laufen, aufpassen Autorisieren Autorisieren Achten, vielleicht haben die Rockets Sind alle autorsiert? Ja, machen Nein, 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 nein Ich mach C4 Command auf, ja? Rockets Ja, egal Kann ich machen Ja, das wird überbaut Red Base Sascha, mach schon mal Dings Ach, mach schon mal Dings Ach, mach schon mal Dings Ach, ich hab jetzt schon mal Dings Pssst Max, du musst mit MP hoch Keine Ahnung, wo du beutest Du musst mit MG abdecken, oder? Du musst das zweite Torrid da hinten machen Ach, mach schon mal Dings Alter, nicht so schreien, Maxi Nicht so schreien, bitte Entschuldige Oh shit Relax Wir müssen hier im Stand entbauen Wir müssen hier im Stand entbauen Oben, links Zweiter Torrid muss hinter die Red Base Ja, ich brauche noch mit Foundation für zweite Torrid Gibt Gas, ja Bau hier hinten, wo ich hab Komm hier hinten, wo ich hab Oh hier Autorisieren, Jungs Autorisieren, Jungs Ups Ist nur nicht drin? Ich hab Headshot wieder Oh Oh Was ist wieder jetzt? Gott kontrollieren Hat HIT Hat HIT Einer ist da Einer ist tot Einer ist tot Einer ist tot Mach an Mach an Ich könnte jetzt direkt einnehmen Wenn ich da hochkomme Die Tür ist auf Ja, eine Tür ist auf Mach zurück Ich brauch's nochmal wert Ich glaub, alles ist gleich Äh, ja Ich kann auch mein Job weiterführen Ich hab's doch nur T-T-T-T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T LHP Leg 2 Direkt Ich bin tot Will der P? Ja, der steht schon wie gesagt mit M2 aufm Tor drauf. Aufm Tor drauf. Der steht oben aufm Tor mit M2 drauf. Auf dem kleinen Jungs. Hat Headshot. Ich komm kurz. Ist tot. So, warum lief? Soll ich nochmal 2 zu 4 machen? Nein, Rocket. Mach'n Rocket. Ich kann auch das Tor weg machen. Dann lass' uns Tor weg machen. Tornbräufe. Okay. Ich mach' die letzte. Dann müssen wir gleich shooting flossen. An das links weg. Reacher rein. Reacher rein. Probably. Er rennt halt einfach weg. Du musst sofort rein den töten, Digga. Ja, der ist gut. Kommst wieder rein? Auf jeden Fall kommt er. Ja, ich komm. Leiter dich mal hoch links. Obwohl Deck. Guckys Leiche. Obwohl, da ist noch einer im Compound. Go ist im Compound. Heißt doch eine Raid oder so. Komm, delete sie einfach. Oben. 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 Da steht ein Töter. Okay. Okay. Kommt's aber an. Guter Call. Commentaries. Ready? Ready? Ich mach' auf. Du bist ein Hanikam, ne? Mhm. Gehen wir unten links in das Ferg rein und dann oben rechts in die Ecke schießen? Jo. Okay. Unten links. Oh. Oh, schön. Alles gut. Ich hab M2 extra. Jetzt können wir unten Mitte reinballern. Ich hab keine Rockets mehr. Ich hab' keine Rockets mehr. Ich hab' keine Rockets mehr. Das war' der Schieß. Ja. Ich hab' noch. Gary, kann ich das FQ abholen? Nee, bleibt drinnen, bitte. Okay, okay. Ich bring' das nahe, wenn nicht. Oh, nur Kipps. Egal. Wasser? Oh, ne Tür? Nicht mehr. Sascha, willst du hier alleine? Ich hab' hier unten, bleibt ja. Ja, ich würde das machen, hier werde ich damit recht. Das ist ganz unten. Ja. Ausweit rechts vorbei. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Down. Oh. Ach, die umlaufen uns, Nuckel. Nikolai. Was reinschießen? Ich find' mich. Einer muss uns rechts decken. Die können eigentlich nicht rein. Rechts, rechts. Ich seh' dir überhaupt nichts. Der ist der ganze Wald. Man sieht das nicht. Nacket hinter uns. Da haben wir. Wir haben's. Wer ist denn in der Redlist? Ich? Mach dich drauf. Ich muss ein bisschen Breach reinlaufen, Lecker. Rot oben links. Können wir das kaputt schießen? Einer Stool wird. Da war der Schuss. Ja, ich schieß gleich in Centenary rein. Mach mal das Holster zu, wenn's geht. Schieß einfach auf Rocket. Schieß einfach auf Rocket. Okay. Einer inside. Aufs Zurückschießen. Keine Ahnung, wo der andere ist. Der könnte sich an den Walls rumsteigen. Was da? Na, Maxi koppelt uns rechts. Alles gut. Nein. Andere zwei hinten. Ich seh' nichts rechts. Andere zwei hinten. Das ganze Wald ist überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Breuen wir ab. Hart rein, Maxi. Hart rein. Ist das Trick kaputt? Ja, ich schließe immer das Trick kaputt. Ah, das Trick. Geht, Michael. Könnte eventuell tot sein. Ist das Tool down? Down, das Sound. Jetzt muss kurz nachladen. Oh, hast du den Außen schon, oder ist er immer noch da? Einer bitte gucken, Maxi muss nachladen. Lumpel. Aber ich hab' keine Rocket. Dumpf. Alltså runter geht's haben. Abbie. Der hat eine Rocket reingeschossen. Der hat noch eine Rocket. Und Noki gelootet, muss rein. Jack und صjah und صhf hier haken, dass... Drop einfach, Drop. Außerhalb rechts, Steps Maxi! Außerhalb rechts, Kommen! Ja, ich aim ab, ich aim ab. Ich bin außen. Okay. Ich hab den Kontor erwähnt, quält ihn die Lute. Zürich kriegt Can. Ich bin voller Rockets, ich kann reinballern jetzt. Wo soll ich rein? Tür geht! Ja! Oben geht der Garage! Um rechts! Wo war er da ist? Nice one! Kann ich mich da noch loben? Ja, ja, ich bin safe. Ich weiß nicht mehr. Geht, Michael. Da war einer. Tot. Ich hab mich hier geklappt. Ich werde mich gleich rechts da hoch geben, die Baume. Willst du da gleich reingehen? Ja, ja. Achtung, Nukle, ich mach Feuer, ich geht rein. Achtung, Pin-Camp. Ich schmeiß den Pin-Camp zur Pause. Pass auf, falls ich runter... ...reste rein. Der schießt hier rein. Gow hat es eigentlich beide Counter, weil der Kug ist. Der blieb ist noch vorne rein. Ne, ne, ich hab einen auch noch gefüllt. Das ist ein Problem. Der... ...liegt... ...weil... ...das ist ein... ...das ist ein Schei gerassen. Ja, das ist ja heute schon hier. Ich hab keine Mets bei mir. Mets? Mets? H4? Ja. Wollen wir oben vielleicht eine Haku-Tür aufmachen? Alter, hier ist alles voll am Herzen. Ich muss gleich down sein. Wenn wir mal hier die Kisse next? Ich muss gleich noch meine AK unten grabben. Digga, die oben ist safe. Wahrscheinlich seh die nicht, Chris. Was ist oben, Derry? Die Haku-Tür muss gleich tot sein. Ich hab vier, fünf Rock jetzt reingemacht. Ja, ich seh's. Shooting Area? Ja, ist oben. Hinten, unten, unten! Hinten ist die Tür auf! Achtung! Das ist down, glaube. Das war nur einer, oder? Ja, ja. Noch ein anderer Melk. Noch ein anderer Melk. Die Tür hat... ...die Oben. Die Oben? Okay, ich mach X-Blo einmal. Ja, ja, die ist richtig low. Die muss low sein. Ja, ist da. Ja, ist da. Ist down die Tür. Haben wir hochladen? Ich hab keine Leiter. Ja, ich hab. Ich hab. Achtung. Drash-Torn. Ich glaub oben. Ist das Turret? Ne, das Turret ist noch da. Ich pack hier meine Turret und meine Orkets. Die Shock-and-Trap und Turret sind da. Ach, die gemacht. Oben, Tür. Ist down. Welche Tür? Ist da eins. Shock-and-Trap kaputt, aber der Turret ist noch da. Kann ein Insta-Retail-2-1-Schiesse machen? Bringt das was? Mh... Leidlich checken Turret. Oh, die Wand hat 2 HP hier. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ich hab. Schau das auch. Achtung. Ich mach die mal alle weg. Ist das Turret leer? Ja. Ja. Kletten. Kletten. Warte, ich sehe das Insta-Retail-Mann-Block. Ja. Welches Tür auch? Ja. Lommen wir, die Breach mal nach oben oder so. Schau mal da. Ja, ja. Warte. Alter, da ist nur oben die Tür offen. Die Lootbacks unten sind schon kaputt, ne? Jungs, an dem Eingetraum. Müssen wir schnell machen. Ja, dann, ne? Oben der Speck. Musst du weg, irgendwie? Ja, ich kann nicht drüber. Zu vielmals Flashdamage. Ah, ja, warte. Raus! Raus! Das andere durch die Außentür rausklamm. Rechts rum! Rechts rum! Rechts! Wenn wir rausgehen, rechts! Rechts! Nutz! Ja! Warte, er ist durch. Lass das Breach raus, rechts. Lass das Breach raus, rechts. Komm nicht looten, das wird. Ich muss den Breach nehmen. Und die Tür ist weg, ich muss mal breachen da. Ja, ich mach kurz weg. Jo, mach mal. Alles gut. Raus nach einer Wall. Raus nach einer Wall. Unten auch, unten auch, unten auch. Die haben gebreached. Unten. Nice. Ja, Achtung. Ja, Achtung. Müssen wir unten die Tiefe breachen. Ja, die haben die halt... Ja, die sind die Tür. Hier oben habe ich einen Turt. Einer muss bei mir oben breachen. Bitte! Bei mir oben kurz breachen und schauen, was hier drinnen ist. Hilf, Jevi. Geh mal hier durch. Ich hab da eine Treppe gejumpft. Pass auf, pass auf. Ich hab Leitern sonst. Ist hier runter gejumpft. Mal Qs führen. Es geht nur eben so runter rum. Wer gehts nach hinten? Wer gehts nach oben? Achtung, ich kann mal. Ich glaub dahinter gehts nach rechts. Hier gehts nach rechts. Über einen Stein gebaut und am linken in die Base gehts ganz hoch. Es sind nur Traps, Digga. Oh, ich bin schon gelegt. Hab ihn. Ich bin low, aber ich bin low. Oben, warte? Ich mach da oben links. Ja, wir können die Scheiß-Bags. Digga, hier ist einer rausgekommen. Ich hab das Garage-Tor jetzt. Naja, der wollte zu machen. Ach einer hier. Gott. Ja. Akute aufmachen. Oben ist dead, oben ist dead. Kannst du da weiter salten? Die müssen die Bags ja kaputt machen. Oben ist noch einer. Ich schwang doch einfach. Danke, ey. Achtung, ich mach das direkt. Stirbst du da nicht? Nein, von dir. Ich glaub nicht. Aber du musst eine unbedingt abdecken, ne? Aim, ich seh nichts. Einer ist rausgesprungen. Nice. Darum hast du eine Battlescarter IK aufgehoben. Nein. Jungs, ihr müsst schauen, dass wir nicht ein... Einen... Ich bin dabei, aber die können die Tür aufmachen und sofort schnell zumachen. Das ist das Problem. Unten ist Garage-Tor, glaub ich, aufgehoben. Achtung, ich mach nur eine. Wir haben Tüter da drin. Unten haben sie Garage-Tor. Auf die Tür stellen und ein bisschen auf die Tür abgehen. Hinten, ganz kurz, leise. Hinten, Sascha, hinten links ist das Typ. Ich könnte mit Rockets einfach reinballern. Oder du kannst es für ihn? Das sind halt auch Bags und so, ne? Oder du? Du bist tot? Und wo? Ich brauch Licht, ich brauch Licht unten, ich muss reinrocknen. Wo genau? Ja, warte, mach nochmal so. Zurück. Ja, genau so. Nein, das andere nochmal. Ja, genau so. Achtung, ich schiesse eine Rocket rein, dann geht die Tür auf. Sollte die Akute und das Türker Poké. Das Problem ist, die Tür hier oben muss noch gedeckt werden. Wir sind hoch oben. Achtung! Ich seh's nicht. Wo rein, Mann? Keiner ist unten jetzt drinnen. Unten liegt die Tür. Oder zumindest. Die Armour-Tor oder zugemacht, Jared? Die Armour-Tor durchgehen. Armour-Tor ist auf. Bis wieder zu. Achtung, ich schiesse Rocket rein. Nicht peeken, Jungs. Bis wieder zu. Nicht peeken, nicht peeken. Nein, deswegen. Ich hab noch eine Metal-Plate. Ja, ich hab auch einen hier. Ganz nahe. Ich seh ja, der Tür ist kaputt. Du kannst deep gehen. Ich glaub, alles weg. Ja, warte, ich geh. Ja. Tür? Ich hab eh nur Waffe. Jungs, da ist rein, Roby, ne? Glauben. Nein, nein, nein. Wir fliegen durch. Okay, sorry. Ich schieße einfach weiter auf die Kacke. Die Frage ist, rechts oder nach hinten. Ich hab gesagt, laufen wir nicht davor. Ich kann links da weg. Ich kann nicht davor decken und den Eingang, ne? Ey, dieses Spiel, ne? Kann man gleich wieder durch die Kugel oder der Elf? Habt ihr da irgendwie Zeit schon verhören? Ach, nicht rein, nicht rein, nicht rein Ich hab TC, ich hab TC Habt ihr TC ready? Extra TC? Äh, ich hab ready, ich hab ready Ah, Bett unten, tot Wir haben alle Betten eigentlich Egal, ich hätte den Set-Shock gegeben, Broby Ich hab TC Mike Ça Mike 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 Bis zum nächsten Mal.